So, und auf zu einer nächsten Runde Final Fantasy VII Rebirth. So, wir sind mit Yuffie unterwegs. Und ich denke mal, wir werden versuchen, einen kleinen Anschlag zu machen. Das heißt, wir werden nachher... ...wahrscheinlich... ...Yuffie wieder retten müssen. Mal gucken, was hier so abgeht. So, ein bisschen kraxeln. Scheiße. Hast du gesehen, wo die Ninja-Göre hin ist? Die Ninja-Göre? Ja, Arnek. Wir finden sie eben. Wahrscheinlich nicht. Was ist jetzt hier wird? Das Attentat auf Rufus. Ja, da steht's. Na? Doch, wird sie. Sie wird. Ähm, die Kaffeebohne? Das ist... ...meine Rache. So, Shinras neuer Diktator... ...ähm, steht ziemlich weit entfernt. Um ihn zu treffen, wirst du äußerste Konzentration benötigen. Fokussiere deinen Geist, indem du mit linken Stick die Zielkreise im Einklang bringst und mit... ...ähm, Kreuz bestätigst. Diesen Vorgang musst du wiederholen, bis deine Hand ruhig genug für einen entscheidenden Wurf ist. Konzentrier dich, Yuffie! Dann versuchen wir das mal. Dann haben wir eine Abmache. Haltet ihr euch auch dran? Nicht, dass uns irgendwann wieder die Turks oder Huzo auf den Fersen sind. Ja, ihr habt mein Wort. Jetzt nicht nachlassen. Immer schön zielen. Okay, der war doof. Hä, wieso? Der war drin. Auch... Oh nein! Okay, den müssen wir nochmal machen. Okay, ich kann das schaffen. Okay, das kriegen wir hin. Okay, der hat gepasst. Ah, auch verkehrt. Hey, komm! Das ist doch mal mitten drauf. War doch auch zu spät. Müssen wir nochmal machen. Ah, verdammt! Was mache ich denn verkehrt? Okay, ich kann das schaffen. Jetzt nicht nachlassen. Immer schön zielen. Okay, der war auch gut. Jetzt kommt's drauf an. Ah! Ah, das gibt's doch nicht, dass ich den nicht hinkrieg. Jawohl, jetzt in ihm. Uh! Oh, der hätte jetzt tatsächlich gesessen, ne? Wenn Heidegger das jetzt nicht mitbekommen hätte, dann wäre ein Kopf kürzer. Toll! Super! Danke, Juffi! Danke für nix! Findet den Attenpäter! Hm. Toll! Wir müssen verschwinden. Klaut! Was ist mit Hofos? Abgehauen. Und was jetzt? Ich hab die Schwarzkutten gesehen. Auf dem Weg zum Hafen. Dann hinterher! Die Stadt ist abgeregelt. Überall Wachen. In den Uniformen fallen wir nicht auf. Ihr geht voraus zum Hafen. Ich bleibe hier und kümmere mich um die siebte Infanterie. Alleine? Ganz sicher? Ja. So komm ich schneller voran. Kommandant! Bis dann am Hafen. Mein Prügel! Na, ist ja ein Ding. Die siebte Infanterie mit Gas lässt niemanden zurück. Aber der Feind ist unter uns. Wir können niemandem vertrauen. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Und ihr habt einen Befehl erhalten. Danke. Ausführung. Vertraut ganz allein. Euren Kameraden. Na guck mal, hinten ist noch eine Bank. Zuerst müssen alle Einheiten informiert werden. Dann suchen wir zusammen den Attentäter in Südjunon. Mir nach. Jawohl! So. Kämpfen mit dem Verbund. Fünf Elite-Kämpfer der siebten Infanterie Midgards schließen sich dir auf deinem Weg zum Hafen von Junon an. Um ihren Kommandanten zu schützen, stürzen sie sich unentschrocken in den Kampf. Selbstverständlich erleiden sie dabei genauso Schaden wie du. Im schlimmsten Fall bis zur Kampfunfähigkeit. Achte auf ihre verbleibenden TP und rette so viele deiner Männer so wie geht. Ähm. So. Aber erst mal kurz mal heiern. Weil der Kram ist ja nicht umsonst hier. So. TP geheilt. Dann gucken wir nochmal hier gerade in unsere Potions. Na, hallo. So. Frisch was kaufen. Was können wir dann kaufen? Wir können Supertrank kaufen. Kaufen wir gleich alle drei. Eta kaufen wir. Eta-Helb-Täter. Supertränke. Nichts weder. Können wir da noch ein gewisser Chakra stehlen. Seelen-Uhr. Ne, okay. Dann gucken wir hier nochmal kurz rein. So, da sind wir auch noch nicht weiter aufgestiegen. Was gibt's hier für eine Waffe? Bin ich mal gespannt. Ein Runenschwert. Okay, das könnte für uns interessant werden. Materia, Ausrüstung, Synthese, Ausrüstung. Prachtlinge. Mal gucken. Runenschwert. So. Das sieht natürlich fett aus, ne? Minus 24 physische Attacke. Plus 25 magische Attacke. Ja. Nein. Momentan nicht, weil wir brauchen ja die physische Attacke. Wir haben ja das Schwert. Also hier müssten wir komplett auf physische Attacke gehen. So. Weiter geht's. Ich hoffe, wir kriegen das gepacken. Lass mich machen. Lass mich machen. Scheiße. Das sollte reicht. Jetzt. So. Nochmal Schwertsturm. Das war abzusehen. So, sehr schön. Na, einer hat ein bisschen gefressen. Was ist das, noch einer? So. Ich muss mal eben sehen, ob wir... Gegenstände, ob ich da jemanden heilen kann. Warte, das ist ja nicht. Kann ich da jemanden heilen? Okay. So, da kriegt er nämlich ein bisschen was. So, weiter geht's. Ja, die werden nachher ganz schön enttäuscht sein. Glaube ich von uns. Wenn sie jetzt mal rausfinden, dass wir einer von den... Naja, Attentäter sind wir ja insofern nicht. Wir hätten ja... Hätten ja schon einen Deal gehabt, aber nein. Stimmt es, dass der Direktor angegriffen wurde? Ja, der Angreifer ist geflohen und soll sich in Sijunon verschanzt haben. Verstehe. Danke für die Intro. Hier, vielleicht nützt das was. Jo, dankeschön. Oops. Keine Zurückhaltung. Keine Zurückhaltung. Ja. Keine Zurückhaltung. Keine Zurückhaltung. Keine Zurückhaltung. Ja. So, das sieht doch bis jetzt noch ganz gut aus. Bis jetzt schlagen wir uns ganz gut durch. Aber ich weiß nicht, wie viele Einheiten da ja auch noch kommen. Nein! Natürlich würden wir das nicht erlauben. Seelenohrring, okay. Okay, jetzt kommen die etwas heftigeren Gegner. Dann mal los. Au, au, au. Au. Au, au. Ich kann mich gerade nicht bewegen. So, Schock, sehr gut. So, Magie können wir vielleicht mal ein bisschen Ero Vita Feuer vielleicht nochmal. Äh. 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 Das war's. So. Aber wir haben ein bisschen auf die Fresse gekriegt, ne? Die mit den Schildern hatten wir nämlich so ein bisschen gefriggert. Heiltränke. Heiltränke. Sehr gut, die kriegen wir. Äh. Äh. Heiltränke. Nehmen wir nochmal einen Heiltrank auf einen Infanteristen. Nur können wir uns jetzt auch mal ein bisschen was geben, ne? Gegenstände Heiltrank an den C. So. Ja. So. 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 Kriegen wir sind nicht noch richtig unangenehm, wie Gegner? Irgendwelche Informationen zum Angreifer sollen Richtung Z-Tunon geflohen sein. Mehr weiß ich auch nicht. Verstanden? Hier. Vielleicht brauchen sie es? Super Trunk. Sehr gut. So. Hier sollen wir sind nicht hoch, ne? Ja, die Arenen werden immer größer hier. So, ich muss mal kurz mal Analyse machen, weil bei denen weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich bin mal so klein. Wirksam ist ein Blitz, okay, alles klar. Ich weiß gar nicht, ob wir bei ihnen überhaupt Blitz haben hier. Ah, haben wir leider nicht. Ich bin da. So. Schwertsturm. Ne, Schwertsturm nicht. Mut an, obwohl doch, Schwertsturm ist das mal gut. Okay. Eisig, windig. Ja, wir haben sonst leider nichts. Das war's dann. Scheiße, wo ist denn der andere, wo ist der andere hinten? Oh, das ist aber sehr nett. Dankeschön. Das war's dann. Das war's dann. Ziemlich schwach. Das war's dann. So, und jetzt rein, da. Hallo, zurück. Auf die andere Seite. Cloud, auf die andere Seite. Nicht mit mir. Ist ausgezeichnet. Es ist vorbei. Das ist das andere. Bis hier und ich weiter. So. Herr Hecke. Warte, ist da noch einer. Okay. Verzieh dich. Los geht's. Andere Seite, Cloud, andere Seite. So, ich muss mich einmal kurz, äh, einmal korteilen. Ja. Feuer! Wer aufgeschoben. Ja. Nein, nur ist mein Ei. Nicht mit mir. Verschwende. Ja. Nimm das. Ziemlich schwach. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich hab gleich ein Limit. War auch nicht. Stopp, sehr gut. Rein, das Spiel ist aus. Dann machen wir schon mal ein Limit. Das war's dann. Keine große Sache. Ah, so, sehr schön. So, machen wir noch ein bisschen Gegenstände-Heiltrank auf Gardist B und D. Gardist B und D. So, wir lassen uns erstmal noch mal ein bisschen. Achso, ich dachte, da oben wäre noch eine Kiste. Aber nein, das sieht gut aus. Oh, hier gibt's noch eine Arena. Das wird, glaube ich, ungemütlich gleich. Handgranate. Ach, die Bründe noch, ne? Sie hätten doch vielleicht noch was? Sieht mir so auffällig nach Versteck aus. Ja, aber tatsächlich nicht. Na, guck mal, da ist doch schon irgendwie was. Achso, einmal Analyse, bitte. Äh, Fertigkeiten, Analyse. So, du kannst nicht ab. Wirksam ist, ähm, Feuer, Feuer, Ero und Frost. Das ist gut. Oh, ein Kratzer. Ich komm noch nicht ran. So, und jetzt Frost, Eis, Ero können wir auch mal machen. Magie und nochmal Ero-Eis. Nehmen wir Eis mal rein. So, Fertigkeit, Mutangriff. Machen wir Mutangriff. Das war abzusehen. Ja, die haben alle ganz gut Schaden genommen. Wir auch, aber das geht noch. Oh, da hinten ist nochmal eine Bank. Weiß ich, ob wir die noch erreichen und ob noch ein Gegner kommt. Werden wir sehen. Sieht bis jetzt noch ganz gut aus. Eine Bank. Die nehmen wir nochmal kurz in Anspruch. Ich weiß nicht, ob die ganze Truppe jetzt geheilt wird. Aber ich glaube, das gibt gleich nochmal so einen kleinen Endfight. Das ist dumm für Gefühl. So, hier gucken wir natürlich nochmal rein. Na, sind alle geheilt worden. Sehr gut. So, was können wir hier kaufen? Nochmal Megatrang. Egal, wir kaufen alles ein. Ist sowieso günstig. Peter kaufen auch mal gerne ein. So, haben wir hier noch eine... Hier ist auch nichts Neues bei. Und hier ist auch nichts Neues. Okay. Gut, dann weiter. Ach, halten muss ich. Ach du Scheiße. Jetzt gibt's einen Fight. Das war ja wieder klar. Das war wieder klar. Verschweigst mir einfach, dass du an der Parade teilnimmst, mein Freund. Die Motorradstaffel passt doch viel besser zu dir. Sieh an. Dein Fräulein hat dich wohl sitzen gelassen. Okay, das gibt's falsch. Wer sind die denn? Na, unsere Fans. Ah. Wusstest du etwa nicht, dass unsere Töpfe inzwischen legendär sind? Bleib zurück. Sir. Okay, eins gegen eins. Du glaubst ja gar nicht, wie lange ich diesem Augenblick entgegengefiebert habe. Und dir? Geht es doch sicher genauso. Dann bringen wir's schnell hinter uns. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Zuerst brauchen wir die richtige Musik! Oh, Gott. Dass wir auch noch Die in einem Notfall ��plant. Statt! Auaah. Auaah. So, warte mal, ich muss ihn einmal kurz scannen. So, wirksam ist Feuer gegen ihn, sehr gut. Oh, Alter, ich krieg nicht den Schaden gerade. Au. So, warte mal, Magie, dann drücken wir uns immer schön Feuer rein. So, ich muss mich, au. So, ich muss mich jetzt mal kurz selber heilen. Und so, Ich ganze hier۔ Ach so loops! Alles oder, was wir même? So, einmal Magie. Und es ist Feuer품? Sehr gut, Stopp! So, und dann machen wir noch mal schön Fertigkeiten oder machen wir noch mal schön Eis äh, Feuer rein Nachmisten Ich kann euch nicht hören Wir brauchen euch Was wäre denn ein wahrer Kampf ohne das richtige Publikum? Meinst du nicht? Mein Freund Los, jetzt reizen wir den Leuten mal richtig ein Ja, super Mist So, beschwören Viel Spaß Au! So Einmal Magie, Feuer So, nochmal Magie, Feuer Na, ich muss mir gerade mal ein bisschen heilen hier Sonst haben wir gleich ein Problem Ich glaube, erstmal Limit rein Welche letzten Worte Oder auch nicht Seek ihn weg! Seek ihn weg! Seek ihn weg! Oh ja Mir scheint Du wirst mit jedem unserer Treffen stärker Ja Mein Freund Wer ist der Nächste? Oh Oh Na, na Das war ein Kampf nur zwischen uns beiden Mein Freund Mein Freund verdient einen Salud Du führst deine Leute, wie man es von einem Kommandanten erwarten würde Bin stolz auf dich Mein Freund Auch ich Habe eine Einheit unter mir und weiß, wie das ist Du verdienst Respekt Deine Männer lieben dich und das gehört belohnt Das ist für dich Lord'sche Schlüsselanhänger Geil Stem Plüschtier Was soll ich damit denn? Plüschtier Oh, da ist er hier Zum Haft Sicher? Klar Ich komm dir nach Hm Na, ich glaube ein paar Mal werden wir gegen den noch fighten müssen Versuch's doch So, Mäuse Zehnchen Ich wünsche dir eine angenehme Reise Mein Freund Wir sind keine Freude Und irgendwann reiße ich dir den Hintern auf So Oh, 3000 Gil Eilige Mutter Das ist okay Cool Muss ich auch so langsam auch mal ausgeben Warum kriegen wir hier so viel Zeug? Das ist nicht gut Also schon gut, aber nicht gut Beruhigungsmittel, da ist ja alles mit bei Ich weiß nicht, ob das gut ist Wahrscheinlich eher nicht Gnade bis zum Planet nochmal Hier haben wir alle Kisten, ne? Den waren keine Kisten mehr Ne, okay Da sind noch Kisten Ob wir hier gleich noch einen Bosskampf kriegen oder sowas? Panzerbrechende Granate Ach du Scheiße Da sollen wir hin Hier können wir nichts, ne? Hier können wir nichts machen Ja Ich glaube, hier geht's gerne mal richtig los Befürchte ich Oder auch nicht Vielleicht war's einfach nur eine Belohnung Ihr geht schon mal vor nach Südjunon Bekommen wir keine Erklärung, Sir? Zu dem Typ auf dem Motorrad? Der ist Ziemlich lästig Ist uns aufgefallen Was wir wissen wollen ist Warum sie versuchen uns loszuwerden Sind wir ihnen denn etwa So sehr im Weg? Oh Sünde Oder könnte es sein Dass sie in Wahrheit der Attentäter sind? Ich wollte euch nicht täuschen Tut mir leid Bitte verzeihen sie Das war nur ein Scherz Sie können nicht der Attentäter sein Das war doch eine Frau Aber wir haben verstanden Wir sehen, dass sie Unbedingt alleine weiter wollen Es tut uns leid Ein bisschen tut mir ja leid Alles in Ordnung Es war Ihre Führung Die uns zusammengebracht hat Sie haben uns den Sieg ermöglicht Dabei Kennen wir uns Ja eigentlich noch gar nicht so lange Ich habe das Gefühl Nur dank Ihnen sind wir Eine echte Einheit geworden Das geht mir genauso Wir waren wirklich großartig Und Es tut mir sehr leid Aber Hier trennen sich unsere Wege Sir Wir sehen uns doch wieder Ja Sicher Oh Sünde Kann ich mit euch irgendwas Ach nee Ich muss Lass uns mal weiter Das waren gute Jungs So So gut Da Können wir glaube ich nicht weiter Da ist glaube ich nichts Ne Na ja So oben mal schauen Da gucken wir gleich Wir müssen mal nochmal hier in den Ecken gucken Weil die Ecken sind ja immer so ein bisschen Manchmal findet man da irgendwelche leckeren Kisten Aber hier sind keine leckeren Kisten Verdammt Dann gehen wir mal hier oben gucken In der Stadt soll es schon wieder sicher sein Hoffe ich doch Immerhin ist dem Direktor nichts passiert Ja Scheiße Könnte das Schiff nicht mal langsam ablehnen Shinra wird in Khan schon über Wasser Wurde der Attentäter schon festgenommen Ist das eine AIDA oder was in Shinra Version Da ist er Alles okay Ja Gut Na dann Ich hoffe ihr seid alle bereit Für eine lustige Seefahrt mit den Jungs da Okay Nächster Dass der mit seiner Kutte reinkommt Was nun Wir gehen hinten rum Okay Sehr gut Trotzdem gucken wir mal Ob hier noch irgendwie Kisten oder sonst was sind Ja ja ist okay Ich darf hier nicht lang Ist ja gut Spiel Ich wollte doch nur gucken Ich wollte nur gucken Ob ich da Kisten Es wird einem auch wieder nichts gegönnt hier Könnte das Schiff nicht mal langsam ablegen So Hinten rum rein So ist auch nichts Moin Kann ich euch helfen? Wir haben bei Der Parade Die Ehrenauszeichnung gewonnen Und mit ihr eine Überfahrt nach Costa del Sol Der Direktor selbst Hat uns das zugesagt Davon habe ich nichts gehört Der Direktor hat eben viel zu tun Gehören die da auch zu euch? Wo kommen die denn her? Kapitän Wir brauchen sie sofort an Deck Da prügeln sich welche Na die Fahrt kann ja heiter werden Die zweite Klasse ist frei Wir haben äußerst feine Gesellschaft an Bord Also benehmt euch entsprechend Und du wirst mir schön arbeiten Und muss in den Frachtraum Verstanden Alles gut Wieder komplett degradiert Und die Kurden kommen auch mit Na super Hat wieder spaßig Alles klar Schiff Halt Juffi Ach ne Ach ne Geh nicht Hey Hey Ich will auch noch mit Ne bitte nicht Hört ihr mich? Ich will mit Hier geblieben Ein Glück So ein Mist Das kopf mich an Ein Glück Das hätte ich nicht Neu ertragen Die auch noch mitzunehmen Juffi ist garantiert auch schon an Bord Kapitel Nummer 5 Eine Schifffahrt mit Hindernissen Das ist nochmal was oder? Schönes Kreuzfahrtschiff Müssen entspannen Müssen Urlaub machen Costa del Sol Ach hier Wie hieß er noch? Wo wir ein Dance Battle gemacht haben Ja 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 natürlich Wie hießen die beiden noch? Die waren noch aus dem ersten Teil Also aus dem ersten Remake Teil Okay Madame M Anjan Keine Frage Mir ist sie ehrlich gesagt Etwas zu salzig Gar nicht übel Ich seh mich mal etwas um Fällt dir auch kaum auf Das ist mal Und was wurde Aus Fass? Den hab ich zum Glück Nie mehr gesehen Aber Bei Leuten von seiner Statur Wird mir immer noch mulmig Glaube ich dir Erzähl gern weiter Wenn du magst Okay Wir kommen Zum spannenden Teil Oh oh Ist noch was Schlimmeres passiert Vorhang auf Für meine Erste Liebe Oh Dann leg los Pst Na ist noch Cloud Oder Ja Wir sind's Erzähl's mir ein andermal Hoffentlich kriegen wir es dann auch noch mit Irgendwas Gefunden Die Schwarzkurten sind alle in der zweiten Klasse Von Verfolgern keine Spur Kein Grund mehr sich zu verkleiden Wirklich? Dann noch ein letzter Salut War eine Ehre Ähm Wegen Rufus Vorschlag Also Die Ninja Göre hat zwar alles 1a versaut Aber ehrlich gesagt Bin ich ganz froh drüber Shinra bleibt Shinra Egal wer den Laden führt Mit denen verhandeln wir nicht Verehrte Passagiere Willkommen auf der Shinra 8 Hier spricht ihr Kapitän Tietdorf Unser Schiff befindet sich planmäßig auf der Überfahrt nach Costa del Sol Bitte versüßen sie sich die Zeit an Bord mit unseren zahlreichen Annehmlichkeiten Unter anderem erwartet sie die Möglichkeit an einem Blut der Königin Turnier teilzunehmen Wer sich für die spannenden Wettkämpfe anmelden möchte Kann dies in Kürze in unserer Lobby tun Ja ich glaube Das werde ich wohl mal tun Ein richtiges Blut der Königin Turnier Komm Ja ich glaube das werde ich mir wohl mal geben Aber ich muss mir erstmal noch ein neues Deck zusammenstellen Gut dann geht es also auf Kreuzfahrt So haben wir vielleicht irgendwo noch die Möglichkeit Vielleicht mal irgendwie eine Bank oder sowas Davon gehe ich hoffentlich aus Ach die ziehen sich gerade um alles klar Da wollte ich natürlich nicht stören So dann ist noch eine Kiste Oh das sind wir richtig Ja gute Folien Gegengift zweimal Ich gehe natürlich in jeden Raum einmal rein Das ist auch noch was Erstmal alles mopsen So wie sich das gehört So was wir nochmal kurz gucken können Wegen Synthetisieren Wir werden mittlerweile noch was freischalten können Hier Super Mix Trank Der Mix Super Trank Den können wir nochmal synthetisieren Sehr schön Und Goldnadel haben wir natürlich denn jetzt wieder nichts dafür Dann haben wir auch wieder nichts für Da haben wir nichts für Auch nichts für Auch nichts für So ich sehe da hinten nämlich schon eine Bank Da gehen wir gleich auch nochmal hin Aber wir gucken uns erstmal die Räume an Und dann gehen wir da hinten gleich zur Bank Ah ok da kommen wir nach oben Das ist in Ordnung Was haben wir hier noch Ich muss mal alles einsacken Oh ne Kiste Keine Kiste Oh hier ist auch so Hier ist eine Kiste Gegengift So Auch noch ein bisschen was Ich meine unser Unser Aussehen ist ja auch nicht wirklich auffällig Ich nehme ein riesen Schwert auf dem Rücken Nein warum soll das irgendjemandem auffallen Das ist ganz normal Ganz normal Alles easy Alles busy So So Guck mal nochmal hier rein Einmal Kufen Was gibt es denn noch Phoenix FDM Mal kaufen Alles was im Angebot ist Ist mal Kufen So Echo Schirm Da müssen wir vielleicht auch mal gucken Was jetzt hier die Rüstung angeht Dann gucken wir nochmal hier rein Wir haben 10 Punkte Dann Gucken wir mal Was wir denn mal Schönes freischalten können So Was haben wir denn hier Kontert Im Team Bei gutem Timing Einen gegnerischen Fernangriff Oh interessant Was haben wir Von hier aus Könnten wir Da noch hin Sammelt durch Gedrückt halten Der Taste Kraft Entlädt sie beim Loslassen Sturmangriff Erhöht den Schaden Normaler Angriff Um 3% Ja das sollten wir auf jeden Fall nehmen Also das sollten wir auf jeden Fall nehmen Bissenskern 10 von 10 Zack Auf jeden Fall schön Drei Punkte Schön in Angriff Das muss auf jeden Fall sein So und die anderen kriegen ja Aber da könnten wir das tatsächlich machen Wollen wir 10 Punkte Da wollen wir auch 10 Punkte Aber überall 10 Punkte hier Ich glaube was wir kaufen können Das pulsiert so ein bisschen Können das aber bei den anderen mal gucken Ob das pulsierend kaufbar ist Ja Reduziert den ATB Verbrauch von Waffenfertigkeiten um 5% Ah und die brauchen alle 10 Punkte Ja genau das was pulsiert Das können wir kaufen Beziehungsweise freischalten Können wir gar nichts kaufen Erhöht den Angriffskraft von Wirbelkonter beim Blocken Okay Okay Dann würde ich sagen Wir gucken uns in der nächsten Folge Noch ein bisschen auf dem Schiff rum Und Ja Gucken wir mal Wo denn die Reise hingeht Ob wir noch ein bisschen Urlaub machen können Ob wir die Reise hier überhaupt genießen können Und bedanke mich fürs Zuschauen Fürs dabei sein Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Vor allem wenn wir sehen Die Rebirth Ja mach so Auf seine Art hat er das bereits getan Bye